Run-CC Ten Minutes auf der Ers Es gibt nur einen Mann, du weißt es Und so was ich, du weißt es Big Boss Entertainment Big Boss Entertainment 2. Menus 2. Meinen Nur mal auf dem Boden Baby Wieso hast du dasizig Carla wachsen? Schneid das Zeug wieder, Mann. Guck, guck hier, guck hier, dass ich da auch reinkomme. Geil, Bro! Warte schnell, ich bin gleich am drehen. Aha, ich hab's gar nicht schnell. Ich bin hier nicht gelaufen, ich hab's gar nicht schnell. Geil, Jungs! Hallo, Paco! Haha, Bro, wie frech ist das denn? Es sieht ruhig aus. Ah, geiler Shop. Sieht am Boden, oder? Wie sieht's aus? Es ist nicht schlecht, Bro. Äh, steil nicht auf meinen Kopf, Mann! Spinnst du? Ah, ist das dein Kopf, da? Natürlich, siehst du nicht. Ja, ja, okay, weißt du gut, lecker, ja, ja, lecker. Lecker, ja, okay. Damn, man. Toni! Wie geht's noch, Jungs? Ey, Cater, Toni. Mann, Mann. Wo ist der, Paco? Hey, was läuft? Es geht ab. Es geht ab, Bruder. Sehr schön. Hey, Bro, geht's? Ah, komm. Mach rum, Lass. Lass dich lernen. Ah, Bro, wie geht's noch? Ah, nein. Es ist sehr gut. Ja, Mann. Ja, Mann. Hey, geh mal schnell. Komm, fachiert, Gang in die Garage, gell, das Auto holen. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Hey, Mann. Ich habe gesehen, was auf dem Weg kam. Das ist der Jucker. Das ist der Jucker. No, ich sehe, ich sehe ein North Face auf dem Rücken. Ja. Also, Jungs, haben wir uns alle schön gesehen. So, jetzt hätte ich einen Kassier, Mann. Es geht ab. Hä, Mann kann man an. Was für Ausweis, ah? Ausweis-Controller. Was für Ausweis-Controller? Ausweis-Controller, Mann. Ausweis-Controller, wem den Ausweis geht. Ich will ein Auto haben für uns. Du bist hier aus dem Laden und kommst hier einen Ausweis verlassen. Wenn der Tony sagt, Ausweiskontrolle, dann geben ihm alle einfach ein Tausender Nödel und gut ist. Das meint er so. Warte, schau. Ey, peace, peace, peace. Das nächste Mal, wenn ich komme, bin ich in Millionen Schutzgeld bereit. Hast du gesehen, mein Gesicht am Boden? Hast du es überhaupt gesehen? Oh shit, Alter! Das hast du gar nicht gesehen, oder? Nein, das hast du gar nicht gesehen, Mann. Das ist nur das Gäste, Mann. Alte, kille, kille. Kille, gell? Ja, und alle Scheiben hast du sicher auch gar nicht gesehen, alle Scheiben. Welche Scheiben? Überall an der Scheiben, überall an der Scheiben. Paco, Paco Switch, aber ja, boah. Gib mir schnell eine Hand, ich muss weiter, boah. Ja, boah. Gib mir schnell eine Hand, und... Ein Millionen, jede Woche. Sonst du weisst, was passiert. Ich bin nicht zum Spassen vor. Es ist eine Ratsche hier drinnen. Ah, tschau, tschau. Tschau, Bro. Machst du Gringo hier auf der Straße wie ein Niemann? Ja, aber... Wie geht's, Bro? Wie geht's, Bro? Du bist ein VIP, Mann. Ich bin nicht zum Spassen vor, Bro. Wow, merci, Bro. Ey, aber los, jetzt ein paar hat Velo, ein paar hat Rottinet, aber Big Bus hat Helikopter, ja? Paco, Mensch, ja. Aber Big Bus ist... Sorry, ich weiss nicht. Sorry, sorry, Bro. Paco, Paco, Mann. Alles gut, alles gut. Big Bus ist doch gut, Mann. Wie geht's? Gut, Bro, Mann. Ja, das ist ein geiler Name. Sehst du mir rum? Was für einen Zufall habe ich dich jetzt getroffen mit dem Helikopter, ich habe dich so gesehen. Es ist ein Typ auf dem Boden. Ich dachte, wer ist der? Dann muss ich aufschauen. Ja, den grossen Kopf kann man nicht übersehen, gell? Aber ich war schon drin, Mann. Ja, jetzt ist es eben näher. Jetzt ist es näher sogar. Du siehst, jedes Mal, wenn ich in die Stadt reinkomme, ist es etwas Neues. Bist du Architekt, oder was? Nein. Connections, Bro. Connections. Schau, meine Rücken. Schau, meine Rücken. Schau, meine Rücken. Schau, meine Rücken. Bist du unter 2 für hier? Ja, hier kommt der Kollege. Oh, er ist gut. Mein Rücken. Ja, das ist mein Rücken. Ist es deine Rücken, Bro? Ich habe meinen Rücken wie Gorilla, Bro. Dann würde ich lieber gar keinen Rücken haben, wenn es so ist. Pier hoc Kind. Ich kriegeсь noch ein Himmel. Die Rückenapier. Ich kriege dich nicht. Nein, nein, nein. Nee, nee. Nee, nein. Nein, nee, Punkt. Mein Rückenapier.